Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hoffentlich zu einem Banger. Heute streamen wir Busy Masterin, dafür lief die erste Runde aber nicht so gut. Ja, dieses Cloak-Item, das macht Early Games sehr schwer, wenn das Leute haben. So, Kamera ist irgendwie nicht ganz optimal heute, aber vielleicht bin ich auch einfach hässlich. Äh, wir haben was genau? Ne Tactics, ne? Okay. So, Twitch-Chat, mitdenken jetzt. Wer profitiert davon, wenn man eine Unit mehr haben darf? Alle Chase-Trades, ne? Heavenly, Ghostly, Mythic. Mythic mit Abstrichen wahrscheinlich. Ghostly auch mit Abstrichen. Spielt es eh 6 meistens. Aber Chase-Trades, gerade Heavenly, ne? Weil auch alle von Heavenly profitieren. Kaiser Trick-Chat für Ink-Shadow-Item schon auf Level 8, ja. Sehe ich. Fated? Wegen Chase-Trade auch, ne? Ja. Ja, ja, doch. Warum nicht? Kann ich absolut sehen. Hä? Hä? Wait. Also habe ich den Jacks zu spät gekauft, aber genau hier war wieder ein Jacks? Das wäre die einzige Erklärung, wie es jetzt genau dazu kam. That, that's kinda wild, oder? Also das muss ja so sein. Okay. I, I, I guess. Hooray! Time for a good plan. Oh, Malchtier. Ja. Safe. Mit Na 2. Mit Na 2 ist man da sofort drin hier. Ja. Das ist ein crazy Opening. Ich wünsche den Rest der Lobby hiermit viel Spaß. Ich würde sagen, das Bot kann was. Ja, ich würde sagen, der sieht nicht so stark aus. Also der sieht jetzt auch nicht schwach aus, aber er sieht nicht Na 2 in 2 1 stark aus. Und, Leute, jetzt wird's crazy. Es gibt natürlich auch noch das, das, äh, Turbo Scaling. Nämlich, Triaden kriegen mehr HP für jeden Gegner, den sie kriegen. Ich scale also mit der Tactical Crown des Gegners. Was? Der 75 Millionen IQ Powerplay. Was ist denn das für ein Ilaui-Hit hier? Meine Idee war hier Ari mitzunehmen, um das hier spielen zu können. Und ich bin ehrlich, das sieht übegeil aus. Ah, Malchtier macht 10% mehr Additional Damage, äh, für, äh, Triaden. Und du kriegst 2 Stacks for free jedenfalls. Ja, Fated 3 hier noch reinspielen zu können. Keiner sexy. Hä? Hä? Hier redet uns, warum ist das deleted? Oh, du hast einen Punkt gemacht, deswegen dachte er, es ist ein Link. Hä? Hä? Deserved. Da, kaum seppig rein, schon wieder Gna, bist du Gna anziehend hier. So, der Kopf rein, sieht du Gna an, äh, 2 in, 2 in, 1. Das ist ja, es schmeckt, ne? Es schmeckt. Es schmeckt. Leider schmeckt denen sein Bot noch mehr. Crazy, ja? Ach komm mal, jetzt gehen wir wenigstens noch... Na. Trillern wir ja trotzdem. Ja, ne? Ja. 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 Wenn wir ganz leise sind, nimmt niemand Kindred. Let's go! Ich bin absolut TFT-Experte aus dem Emerald-Gontlet, komme ich zu dem Schluss. Das ist eine Winstreak. Drei Sekunden später fahniere ich. Emerald-Spieler. Ja, das ist tatsächlich einfach Kindred 2 hier. Man muss sich ja auch mal gönnen können. Das sagt der Rheinländer da. Ja, reden wir mal darüber, was es auch fehlt, um glücklich zu sein. Ein Triad-Emblem, ne? Ja. Ja, das werden wir mitnehmen. Grundsätzlich Ghostly-Unit, ne? Na, der durchcastet. Bin ich auch klasse. Oh nice, die Aria hat noch die Ult von der Kay getankt. Er könnte die Aufgabenstellung noch nicht so ganz verstanden, ne? Also die Aufgabenstellung Winstreak kam noch nicht ganz an. So ansonsten, das ist irrelevant für uns im Großen und Ganzen. Ja, das ist, äh, läuft jetzt nicht so gut wie gedacht, ne? Vielleicht ist das Fated Opening Fake. Ich hab mich da ein bisschen zu viel über was gefreut, was gar nicht gut ist. Vielleicht fehlt mir auch einfach Ghostie so ein bisschen für die Durchschlagskraft am Ende. Aber ich stepp halt hier ne Ari mit mir rum, statt Kuboku zu spielen, damit Kindred und Yasuo stärker sind. Aber fühlt sich jetzt nicht zu jedem Zeitpunkt an, als wären das entscheidende Units. Ja, da kann man natürlich drüber diskutieren, ob man die Triple Loose spielen will und deswegen das Lineup schwächer macht. Aber ich mit meiner ganzen Expertise wusste natürlich, dass ich ja Winstreak spielen will. Okay. Upstage 3-1. Spätestens. Okay, was halten wir jetzt hiervon? Sündrauer ohne Items ist Fake, oder? Aber ich würde ein 3-1 sogar Fated rausnehmen, aber weil ich echt Angst hätte, ein Fated Augment zu kriegen. Ich würde mich einfach nicht besonders glücklich machen würden. Äh. Also 20 Leute hätte ich schon gerne Minimum. Okay. Ist okay, ne? Wir tälern hier die Augments auch ein bisschen mehr. Weil ich will auch kein... Was habe ich gerade rausgenommen? Loser Emblem. Okay. Super Titans wäre sick. Master Forge Raiding kann man hier definitiv spielen. okay. Hm? Okay. Tatsächlich geht Tiny als Badette ja ziemlich gut hier. Der New Recruit könnte natürlich auch der Moment sein, wo man die Schwelle erreicht, wo es dann einfach mega sick ist. Schon wieder getreut, ne? Ist einfach nicht ganz wohin damit. Ich bin contested. Bin ein bisschen überrascht, bin ich ehrlich. Schließt sich mir auch nicht vollständig, warum er hier in den Contest geht. Ich den schon gut gehittet hab, ey. Der Ghostly 4 ist hier so viel besser, aber dafür muss ich eine Kate hiten. Ich denke, es ist Double Kindred 2 hier. Das kleiner wären irgendwelche Nachteile. Nicht, dass ich wüsste. Wäre schon doof, wenn ein Prismatic-Item mal noch hier einfach schlechter macht irgendwo. Äh, Prismatic Augment, sorry. Ja, hier habe ich nicht genug nachgedacht, ne? Ich habe Kate mir nicht markiert, nicht im Kopf gehabt, dass ich die hier wahrscheinlich spielen will. Aber ich kann hier natürlich einfach vier Ghostly spielen, bis ich vier Triad habe. Nein, Mann. Er ist vor mir. Das heißt, er nimmt entweder Ornn oder den Spatuler und beides wäre eine Katastrophe. Aber er hat natürlich auch schon ein Emblem, ne? Boah, der wird Double Emblem spielen. Oh, er hat noch gar kein Emblem. Oh, der hat den Giant Spell ready. Er contestet in mich rein und trifft perfekt. Respekt. Reroyen ist auch ein Skillset. Scheiße. Ähm, vibriert mein Handy. Ne, das war gar nicht mein Handy. Ach. Ist wurscht. Die Kindle kurz nach vorne gedrashed ist, um sich ein Item von Ornn abzuholen. Ist natürlich auch ein Legenden-Move, ne? Ja, also wird schon unglaublich schwer. Das ist mein Level 7, Matt. Wie spiele ich sie ja? Also man kann zum Beispiel sagen, okay, man geht auf Cain, ne? Cut, weil man ein Triad-Emblem hat. Also er zum Beispiel könnte das sehr, sehr gut hier machen. Ich kann das hier ehrlicherweise nicht so easy machen, ne? Wann habe ich sechs Kindle? Ich sollte schon durchziehen. Hoffen wir mal, dass mein Ornn hier möglichst lange durchdenken kann. Interessanterweise kriegt der Ornn überhaupt keine Akku hier. Also weder vom Kha'Zix noch vom Volibear, sondern nur von der Soraka dahinter. Kindle hat sich ein Nashos Tooth gegönnt, das schmeckt. Nice, Mann. Relativ lucky Fight, finde ich sogar. Ja, Pros leveln hier, rollen hier oft jetzt einfach runter. Um quasi leicht besser Orts zu haben, bevor der andere durchrollt. Wenn die meisten ja nach der Creep-Round rollen und man hat so mathematisch dann so eine kleine Edge, wenn man einfach rollt, wenn auch mehr im Pool ist. Das sind gar nicht die Sachen, die man hier haben will. Das reicht nicht. Äh, ja, also wenn du, kommt darauf an, wie du committed bist in der Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re. Ich habe halt nur die Möglichkeit zu sagen, okay, gehe ich für meine Two-Cost-Carries im Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-EE-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re-Ne-Be-For-keh, helfen. Ich würde aber halt den Tech-Speak-Augment nehmen. Ich muss Support-Item nehmen, ne? So blöd das auch ist. Ich muss Support-Item nehmen, damit ich die TIST-TEM, die Sie in der meanen Sie am Tag verspannt. Ihr habt für Sie und Sie sind gerade die Ja, das war 1, verliere ich natürlich noch. Ah, vorbei. Ah, so close. Das ist alles gar nicht, ne? Scheiße. Let's go, man. So, wer kriegt hier Mana sein bis Aziah? Okay, Negus. Oh, jetzt Mana lockt. Ist das terrible? Oh, ich hab mulched mit Full-Hit. Das ist einfach schwer gegen den. Ich creale Blue-Buff. Creale Blue-Buff Kindred, weil ich den Unterschied tatsächlich extrem finde. Ich würde aber auch Spear spielen, wenn es sein muss. Das macht nicht so einen krassen Unterschied, ne? Bei 30 Mana. Aber ich finde, wenn man Malt spielt, muss man Kindred auch durchaus Items geben. Oh mein Gott, bye. Das Scooter ist weg. Oh mein Gott. 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 Well. Er hat viel HP. Er hat viel HP for sure. Warum hat der UD2 und die Relia 2? Weil der Rich Get Richer mit Patient Study gespielt hat. Ich denke, der ist einfach ein guter Spieler. Okay, der gewinnt einfach die Lobby jetzt, oder? Ist ja jetzt nicht so direkt, wie man den noch in die Quere kommt. Oh, der war close. Ja, Triad Six ist halt hier nicht drin. Das heißt, ich habe nicht so den Peak, den man sich, den man sich normalerweise wünschte in der Comp. Ich würde überlegen, ob es eher Red Buff ist, ne? Aber ich glaube, wir spielen ja nicht für Top 2. Und dann sollte man hier jetzt immer alles, alles slammen, was irgendwie geht. Boah. Hat der Name einmal mit der UD durch die Backline rasiert. Das schmeckt. Ist der Attractivity schwer, aber vor allem, weil die Figuren uns so immer wieder ändern. Und das hat mit dem Einstieg eigentlich gar nichts zu tun. Einstieg ist eher schwer, weil, also kommt es halt vor allem damit zusammen, ob man schon mal ein Autochist-Game gespielt hat. Aber viele Ausgleichzeichen geil. Danach hat man eigentlich ein Gefühl dafür, ob man Spaß daran hat, sich in sowas einzulesen oder halt eben eher nicht. Kann ich beides voll verstehen. Ja, dann haben wir hier halt ein Level-8-Bild, wo wir ein bisschen hoffen müssen. Das sind wir Double Titans hier, ne? Ich habe mir überlegt, ob es vielleicht da bei Titans für, also ein Titans für Orn ist. Ja, aber Überlegung eben, also man kann, man hätte ja auch hier überlegen können eben, ob man eher Richtung Edge of Night geht. Also ob man die Armour zurückhält, statt das zweite Titan zu bauen. Aber mir war klar, dass ich das BF eher in den Spee of Soulja investieren werde. Und dadurch hat es sich so ein bisschen von selbst aufgestellt. Ja, das ist so ein bisschen die ganz normale Triad-Reroll-Comp, ne? Halt eben stärker durchmulcht. TinyBudetly geht auch als ST-Augment. Teaming-Up jetzt ehrlicherweise natürlich nicht. Wir haben es hier genutzt für Obsidian-Cleaver. Ja, ich hatte jetzt eher auf QSS oder so etwas gehofft. Auch die Rexha übrigens sehr, sehr tanky, ne? Deswegen habe ich übrigens die Tactics Crown auch auf Ilaue gemacht, weil hätten wir ja Thieves'Golf irgendwann more or less for free bekommen, dann wäre das genau eine Überlegung gewesen zu sagen, okay. Und dann kriegt die Rexha. Das sieht erst einmal ein bisschen schwer aus, aber sobald nah einmal in der Backline ist, sind die Fights sehr natürlich gewonnen. Haben auch 61 HP, also wir haben enormen HP-Vorsprung. Haben auch, obwohl wir contested waren, ja sehr gut gehittet. Und dann ist es einfach Asir rein. Und viel mehr passiert dann auch nicht mehr. Gespannt, wie er sich halten kann, ne? Er ist tatsächlich für Kayn 2 gegangen, ne? Er hat das Triad-Emblem. Prowler's Claw noch dazu. Also tatsächlich eine Menge Power. Hier das Positioning ist so ein bisschen der Standard, aber... Alle Carries haben voller Items. Das heißt, Ornn gibt dann immer dadurch Shen das Item. Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist ja auch ein Grund, warum man Titans hier... Also ich hätte Titans hier auf Ornn machen sollen. Statt auf Kayn. Weil Ornn ja Kayn ein besseres Item als Titans geben kann. Ja, aber er hat quasi den Contest aufgegeben. Oder halt eben die Comp leicht abgeändert. Und äh... Denk er bereut's. Im letzten Zug wird er mir jetzt nochmal Reaper den einen hier. Er ist actually grad Dritter. Oh, er denized mir gar nicht, sondern wer anders. Ja, Redemption on, I guess. Aber ich nehm tatsächlich hier Morellus. Weil ich jetzt für Top 2 gedanklich schon spiele. Und Top 2, Azir, Mana Zain plus Rabadons. Als... Als, äh... Wincon hinten raus. Mit der Option... Ja, mit was für einer Option? Let me think. Mit der Option Annie? Ja, meine Redemption sei auch drei Schwerter nehmen können. Exakt. Und dann Spear und Edge of Night. Mein Ding ist einfach, ich... Hab ehrlicherweise die Copter noch nicht so oft ohne Triade mit dem gespielt, weil das eigentlich für gewöhnlich mein Get-Go ist. Und selbst wenn du dann, wie jetzt übermulchst, ähm... Halt ohne Triade mit dem drauf gehst, ist es jetzt auch nicht völlig unwahrscheinlich, dass du noch eins Delayed kriegst. Er ist übrigens so übertrieben strong. Er wird die Lobby einfach so hart gewinnen. Es sei denn, es ist ja noch irgendein Highroader. Aber ich glaube, ich bin der Highroader. Da sieht man irgendwie ein bisschen das Problem. In der Comp. Wantutrans. Und danke dir ganz herzlich für 10 Sub-Gifts. Das ist aber lieb. Dankeschön. Die ersten Sub-Gifts und dann direkt 10. Chapeau. Dankeschön. Sehr, sehr freundlich. Oh. Oh, er hat ein Exalted Board. Oh, er hat ein sehr, sehr gutes Exalted Board. Ich bin hier noch gar nicht durch. Äh, Profi-Dit-Taten. Aris Fox, D-Ray, D-Tischen, Luna, Time-Traveller, Killer-Guru, Drek, Liné, Box-Niko, Levantin und Lucas-IP. Okay, also, ich hab nur das drittstärkste Board. Honestly, wenn überhaupt. Der hat jetzt noch eine A3-Gelte-Delayt. Dass keiner bodenlos ist. Er hat ein Fortune-Cashout mit Hedge Fund gespielt. Er hat Hedge Fund Patient Study Level 10 Udia 2 Irelia 2 gespielt. Und er spielt ein Ghost D6 Exalted 3 Board mit Sonya Seripa Silas. Ich glaub, ich hab das schwächste Board. Was ehrlicherweise ja ziemlich crazy ist. Boah, das ist schon ganz schön cool. Ja, und 2 mit 5600 HP. Ja, und dann musst du halt also dadurch, dass ich hier nicht Level 9 hitten kann, äh, musste ich halt jetzt hier einfach irgendein Backline-Carry finden. Ich hab noch gerne A2 gerollt. Ich hatte überlegt, ob es trotzdem Hawaii 1 ist. Aber ich glaube nicht. Aber wenn man natürlich in 3 Runden Rek'Sai 3 zusammen schustern könnte, was schon ganz nett ist. Er war der, der schwächste, den wir facen konnten. Deswegen war ich sehr dankbar, dass wir den gefaced haben. Ja, in 2 Runden Rek'Sai 3, so lange werden wir natürlich nicht mehr leben. Wenn wir die Umbre-Felder nutzen, ne? Dann kann ich hier vielleicht sogar halbwegs durchkommen. Spielt du da jetzt die Sandra statt Bogenna? Ich sag nein. Ähm, ja. Weil du hast halt sehr, sehr viel Mana. Klar ist auch auf einer die Sandra geil, aber ich glaube hier tatsächlich, dass mein Boot so stärker ist. Warte jetzt close for sure. So, und hier bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob mein... Okay, na, Moment. Geil. Ja, okay. Bin ich fein mit. Dann gewinnt ja halt die Lobby, ne? Ah, das ist der andere. Oh, kann ich gegen den nicht gewinnen? Ah, okay. Lucky Ricochet. Oh mein Gott, so wird ein sehr starken Rudi. Ja. Ah, stimmt. Wir können Artox raus und dafür Lysandra rein. Ist ein sehr guter Call. Ist mir leider untergegangen. Okay, ist winnable, ne? Ha! Hätte ich niemals gedacht. Ja, ich hätte auch Fragezeichen gepickt. Bitte ehrlich. Was soll ich machen? It's an easy first. Never doubt it. Krass. Als ich auf 5. Jahrhundert war, dachte ich, ich hab das schlechteste Board. Ich hab das schlechteste Board. Aber Mulch, Skate natürlich auch brutal, ne? Tiny but Deadly, sehr nice für Nah. Perfekte Items Nah. Gute Items Kindred mit Abstrichen. Dann halt eben diese Morgender dazu. Und hier sieht man es, man endet das Game dann mit doch Edge of Night. Weil der Double Warmocks On halt eben Items schmiedet, bis das Game endet. Und die gingen hier zum großen Teil auf Kayn. Hätte gern Morg-Damage gesehen. Ja, wir haben im vorletzten Fight eingeblendet. Und da war er solid. Krass. Ich fände es heftig, dass der nicht gewinnen konnte. Oh mein Gott, der ist Vierter geworden mit dem Board. Das sind 5 Legendaries of Two-Star. Aber klar, er spielt mit Patient Study und Hedgefonds. 2 Eco-Trades. Ich wiederum spiele mit meinem Setup zwei Combat Augments. Der Narv sehr früh nahe 2 in 2-1. Das hat auf jeden Fall geschmeckt. Und im Contest so zu hitten, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Deswegen, Malch, bleibt mein absolutes League-Minds Augment in diesem Set. Und ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. 930p vs. Trader. 2 Recuerdei. 3 Linz 5